Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer LilPolars mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Und zwar reagiere ich heute wieder auf die Prank Bros, auf Burger King Menü Challenge und auf die Subway Menü Challenge. Wenn ihr schon mal nichts mehr verpassen wollt, gerne einen Abo-Button und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, Leute, würde mich ebenso freuen. Und ja, ich würde sagen, wir schnacken eigentlich nicht lange, wir gehen auch direkt rein und let's go. Ich glaube, wir haben den ganzen Tag nichts gegessen. Dann natürlich, wer mehr gegessen hat. Übrigens, ich spule ein bisschen vor, weil das Intro ist eigentlich bei denen relativ immer das... Ei, ist ja immer das Gleiche und selbst wenn sie dazwischen Werbung machen, überskippe ich das einfach, weil es ist nicht so relevant. Dann liegt es dann ab oder so, wie auch immer. Aber das werden wir auf jeden Fall schaffen. Genau, auf jeden Fall. Alle, ihr weiß nicht. Doch, doch, auf jeden Fall. Leute, ich stimme jetzt wieder ab. Für wen ihr seid? Entweder Calvin oder Marvin. Ich stimme in die Comics ab, in die Comics damit. Genau. Und nicht schummeln. Leute, wie immer gibt es am Ende eine Strafe für den Verlierer. Yes. Und ich würde sagen, Leute. Wobitz. Hast du schon ein System? Wie fängst du an? Ich glaube, diesmal das Eis zum Schluss, das eher am Schmilzen ist. Ich schau mal, ich mach spontan. Ah, hier haben wir noch eine Süß-Sauersauce. Genau. Ich bin damit überlegen, als wichtigste Burger und Wings, ob man da eine Reihenfolge machen muss, die schlau ist. Aber wie du magst. Boah, ja, ist meine Soße noch. Ah ja, Soße noch hier. Eine Süß-Sauersauersauce. Und ich würde sagen, alles per Rad. Paletti. Komm auch noch am Start hier. Pommes am Stiffel. Okay. Dann mit dem Burger an. Hast du also entschieden? Ja, einfach auf den Tisch hier. Hier geht es um Schnelligkeit auf den Tisch. Ich mag die Burger King Pommes nicht so. Die sind ein bisschen fett. Neckes finde ich besser. Die sind ein bisschen dünner. Ja, absolut. Okay. Okay, bist du ready? Soll ich mir schon mal die Hand nehmen? Klar. Dicke Dinge, ey. Ja, gut. Boah, jetzt zweimal Fleisch drauf. Ja. Okay, ready? Drei, zwei, eins, go! Unnormal. Da gönnst du es nicht. Ich kann das an's trinken machen. Was ist das für ein dicker Stroharm? Oh. Ich glaube, ich hab einen Smoothie-Sproharm. Kann man das trinken? Versuch's. Oh shit. Okay, nein. Junge. No, am geiern. Da gönnt er sich. Da würd's dich Rocky schon gönnen. Elegant essen. Auch hier in dir alles. Mh. Du bist auch alles weg, ne? Hab ich schon. Fleißen muss auch alles weg. Waaah! Wo sind die Pommes? Überraschen! Ne! Ich rück mich jetzt so auf, ne? Was ist das für eine Saugmaschine? Was ist das denn für ein Winger, Alter? Ja. Ich rück mich schon. Mann. Mein Brot, mein Gehirnfrost. Gehirnfrost einfach mal. Und alle. Eis leer. Boah, jetzt nach Eiskohle richtig ekelhaft. Boah. Jetzt hab ich mir noch diesen abquälerischen Schluck gegönnt. Wie viel hast du noch? Boah, das war knapp. Man, Leute, guck mal. Hatte die Korra schon gut getrunken? Boah, das war gut getrunken. Mein Tränken tue ich mich immer schwer. Du hast jetzt noch weggeext, Alter. Boah. 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 Ich hab zweimal voll gewonnen. Ich hab zweimal voll gewonnen und jetzt du. Ja, das muss meine Ehre wieder auffallen. Und entschieden wieder. Boah. Boah. Das war echt viel, Alter. Ich bin bei den Wings einfach voll voll geworden. Die Wings haben auch noch mal gestoppt, oder? Ja. Aber warte mal. Wie hast du die Pommes vernichtet, Mann? Zwischendurch ab und zu beim Burger. Wie ein Staubsack haben wir das Wort. Ja. Boah. Ja. Ist auch gewonnen. Puh. Leute, wir sehen uns bei der Strafe wieder. Oh, Jungen. Oh. Deine Strafe, ja? Hast du schon was? Ganz klassisch heute mal. Okay. Das klingt ein bisschen. Da viele sagen... Ey, eure Strafen sind zu läppig. Oh, eure Strafen sind zu läppig. Du drehst jetzt mal auf. Drehst dich um. Ach, Gürtelschläge. Gürtelschläge auf dein Ess, Junge. Das war ja ganz klassisch hier, Leute. Du kennst doch, ne? Da kann doch keiner rummeckern. Äh, Entschulde. Da kann man nicht dagegen sagen, Mann. Alter. So. Dann büchse dich. Am besten stütze die Hände da an dem Stuhl ab. Was? Unter der Kamera? Oha. Nee, unten an der Sitzfläche. Deine Hände. Und dann, ja genau, perfekt. So. Wie viel denn? Drei, oder? Alle guten Hände. Drei oder fünf? Weiß nicht. Oha, Alter. Komm, schnick, schnack, schnuck. Wenn du gewinnst... Drei? Drei, wenn ich gewinne, fünf. Okay, das sind die, Mann. Okay. Ist du ready? Ja. Schnick, schnack, schnuck. Boom. Drei rausgehalten. Schick. Aber nicht, dass die dafür härter werden. Aufgehustelt dafür härter sind. Oha. Ich hoffe, Rocky greift mich jetzt nicht an und beschützt sein Ding. Rocky, beschützt. Okay. Nummer eins. Guck. Boah. Alter. Chill noch. Boah. Alter, voll hier oben noch, Alter. Ja, Mann. Ja, Mann. Dein Bruder ist zu fett. Ein bisschen viel fett. Okay. Nummer zwei. Und Nummer drei machen wir da. Ganz entspannt. Ey, ey. Nummer drei. Ey, nicht gucken. Boah. Boah. Und? Lass den vorne, wenn ich den nicht treffe. Nummer drei. Ah. Wow. Nice. Weiß. Weiß. Sorry. Ah. Drei Schläge, Leute. Das war's mit der Challenge. Mit der Burger King Challenge. Wenn's euch gefallen hat, Leute, gebt einen Daumen hoch. Genau. Wenn ihr mehr davon wollt, wie gesagt, KFC vielleicht. Ja, vielleicht KFC. Schreibt in die Comics, worauf ihr Bock habt. Und gebt einen Daumen hoch. Folgt uns auf Instagram, Leute. Einmal hier Marfit und hier Calvin Fitti. Box haltet euch auf den neuesten Stand. Alle Updates. Bekommt alles mit. Yes. Wenn ihr wollt, Leute, checkt noch gerne unseren Merch Up ab. Erster Link in der Beschreibung. Yes. Ich hab hier einen limitierten Hoodie an. Limitierte Aktionen kommen ab und zu. Aber wenn die kommen, dann sind die auch limitiert. Also das wird's nie wieder geben. Genau. Hier vor Gott auf jeden Fall irgendwann mal was kommen. Aber das sagen wir noch Bescheid. Deswegen folgt auf jeden Fall auf Instagram. Dort sagen wir das auch oft. Dann bekommt ihr auch alles mit. Wenn ihr euch Merch gekauft habt, Leute, könnt ihr uns auch gerne... Okay, Leute. Gehen wir zum nächsten Video. Peace, Leute. Was genau? Ich jetzt mal. Wir überspringen euch das mal. Jeder eine Tüte Nachos. Die gab's da auch bei Subway. Ja. Dann ein Getränk jeder. Ich hab jetzt hier in das Dwight. Eine Mezzomix. Genau. Und Cookies. Jeder drei Cookies. Genau. Jeweils zwei Macadamia und ein Schokoladencookie. Genau. Genau. Und das ist das Menü von jedem. Und jeder muss das halt schaffen. Und wer erst fertig ist, der hat gewonnen. Genau. Und am Ende gibt's wieder eine heftige Straft für den Verlierer. Ja. Jetzt muss ich ihn genehmigen. Die Gehle bitte. Das sind Anfrüchten. Unzüglich. Okay. Und ja. Wir haben so viel Zeit wie wir wollen. Aber der erste Fertsch ist gerade gewonnen. Genau. Was haben wir hier für ein Baguette? Achso. Wie die es interessiert. Roasted Chicken. Wir waren das glaube ich. Okay. Okay. Es geht einfach los. Drei. Warte. Reihenfolge wie wir essen. Ist egal. Genau. Wir haben komplett die gleichen Bedingungen. Eine Tüte Nachos. Drei Cookies. Ja. Zwei Macadamia. Einen Cookie. Okay. Ready? Drei. Zwei. Eins. Go. Oh. Das ist lecker. Ohne Zwiebeln. Ohne Jalapenos. Ohne Oliven. Ohne Oliven. Mh. 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 Ganze Gemüse, Vitamine. Ja, hier geht´s voran. Erste Elfte fertig. Trinken muss auch komplett ausgetrunken werden. Einfach alles. Fuck, du bist voll schnell. Ich mache heute Brunchen. Das ist für mich eigentlich ein Sonnenwitz. Ausreden. Hast du schon noch gegessen, Alter? Mittelwürttel. Baguette schon mal vernichtet. Ein paar Nachos. Chili. Warte, willst du die Leute nicht noch die Nährwerte davon zeigen? Naja. Kannst du ja gleich machen. Boah. Unnormal lecker. Richtig schön scharf, Alter. Lass dir mal Zeit beim Bestreiben, okay? Schön scharf, die Schärfe angenehm. Ey, Bruncher. Das Salat muss auf jeden Fall gegessen werden. Jetzt ich noch. Tief mit Tief. Boah. So wohl. Super lecker. Süß und dann scharf. Oh. Super lecker. Süß und dann scharf. Boah. 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 Das wird ja auch ein bisschen gerade. Ja. Uh. Das ist unangenehm, ne? Ja, das ist unangenehm. Ja. Immer. Immer. Immer ist es wie so ein Moment, wo man einfach so was drücken kann. Aber wenn man sagt, jetzt ist es unangenehm. Dann kannst du nicht mehr. Hoch so ein bisschen. Aber. Na, was motiviert? Die Kekse noch eins noch? Was? Die Kekse werden schlimm. Ich glaube, eins habe ich. Zum Wohl, Leute. Zum Wohl. Zum Wohl. Boah. Die hauen ja rein, ey. Macadamia White. Richtig lecker. Aber es ist schön weich, ne. Der Maat ist unten größer, ey. Sein Maat ist größer. Ich glaub's nicht mehr. Boah, jetzt muss ich noch. Oder noch ein bisschen Gemüse. Ist das hier unten? Sehr lecker. Vitamin ein bisschen. Du kannst eigentlich eine clevere Basis spielen. Du kannst gucken, wie weit ich komme. Aber es könnte auch ein Nachteil sein. Wenn ich dann gleich das bin, könnte ich reinhauen. Das ist voll. In diesem Moment, wenn man einfach diesen Punkt erreicht hat. Ich warte nur noch bis zu oft gibt es eigentlich. Das hast du aber. Guck, wenn du bis zu den Keksen kommst. Ich würde schon etwas trinken, aber ich habe nicht mehr viel. Teilt sich gut ein, die Kekse sind trocken. Oh, scheiße, musst du auch einen Teil legen in den Nachos. Ich habe sie überhaupt noch drin. Das ist mein Taktik. Oh, ey, 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 ey. Beruhig dich mal. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Du willst eine sichere Basis spielen, ne? Ja, abgedacht. Das hat mich gerade motiviert jetzt für mich. Auf, chill dich. Was? Dass wir ganzen Nachos verdrücken. Ja, du kannst die Kamera reinlassen, ne? Klar doch. Ja, das ist keine Heile. Ich glaube, ich nehme die gleich wie die letzten. Oh, scheiße. Du hast nur einen vor dir, ne? Ich habe noch eine Wahl. Ich kann drei in die Hand nehmen und dann die Gleise... Ah, die Gleise hätte ich aufgerissen. Boah. Aber ich brauche zwar länger, um die natürlich unterzustücken. Das heißt, ich bin am Arsch. Boah. Mann, ey. Du brauchst jetzt auch hier weiter auf. Habe ich überhaupt noch eine Chance zu gewinnen? Ja. Wollte ich. Aber du hast ja mehr Interest, das stimmt ja auch. Weil du hast mehr Interest. Ja, richtig viel rum. Das macht jetzt so. Genau. Das war aber ich dir so. Boah. Arsch. Boah. Verputz ich dann mit Leichtigkeit. Ah. Du bist gerade kein Gelbster in der Säle. Boah. Oh. He 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 he. Boah. Jetzt schuhe der Wischke jetzt zweifach einmal nimmt. Verwaliten, mei. Schöne mal. Wir nehmen einfach rein, Leute. Wir glauben noch an mich. Nein. Hat nicht so. Jeder weiß, ich gewinne immer, wer wett ist. Außer beim Steak. Der war gleichsam sogar, glaube ich. Ah ne, da hast du ganz knapp gewonnen. Toll. Scheiße. Ein bisschen fechter, weißt du das? Easy. Komplett finito. Was ist los, ja? Scheiße, ey. Leute, ich glaube, ich brauche meinen Gegner für Wettessen. Langsam macht das keinen Sinn mehr. Aber das Gute ist, du kriegst dich straff. Scheiße. Und ja, ich würde sagen, hier wird hart, damit du offenbar lernst, ein bisschen Kampfgeist zu zeigen. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich bei der Strafe wieder. Ist das jetzt ein Kabel, oder was? Und jetzt? Was soll ich damit machen? Ja. Damit musst du... Ich habe jetzt keinen Saal gefunden, da musst du jetzt einspringen. Für eine Minute. Alles wird flauisch im Arm. Mit vollem Magen. Eine Minute lang. Oh shit, ey. Nimm was Stopp, oder was? Ja, wir gehen kurz raus. Ach. Warum nicht ab? Wie fühlst du dich? Ich bin voll voll. Jetzt holen wir die Stoppuhr raus. Stoppuhr. Bist du bereit? Ja. Mach mal einen Sprung, ob das überhaupt geht. Ja. Perfekt. Drei, zwei, eins, go. Das ist ekelhaft. Immer weiter. Zehn Sekunden hast du es geschafft. Zwölf Sekunden. Weiter, weiter, weiter. Eins. Weiter. Die Hälfte hast du. Weiter, ey. Ich stoppe. Sehr schön. 40 Sekunden. Komm, noch 20 Sekunden. Ey. Kurz Stopp. So geht das nicht, Alter. So nicht. Ich will der Zeit schinden, Alter. Das geht bei dir. Komm. Komm. Ey, ich hab gestoppt. Drei Sekunden noch. Drei Sekunden durch jetzt. Komm. Eins. Null. Yes. Yes. Nice. Boah. Wie fühlst du dich? Scheiße. Ja komm, weil ich immer so verkackt habe, noch einen Ehren-Backflip. Dein Ernst? Boah, wenn du gleich, wenn du gleich Scott selber schultert. Boah. Okay, Leute, das war's mit der Challenge. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, ihr wisst Bescheid. Ansonsten könnt ihr den Typen hier folgen, mein Instagram und Snapchat. Boah. Egal, Leute, ich werde das Video auch an der Stelle beenden. Ich hoffe, ich hatte das Video wie immer gefallen, Leute. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, Leute. Würde mich ebenso freuen. Und gerne einen Kommentar da lassen. Ihr wisst, ihr wisst die Kommentare immer gerne durch. Dann würde ich sagen, euch noch einen wunderschönen Tag, Leute. Und bis zum nächsten Video. Bye.